Ja, recht. Ha! Ich habe ein Magazin für meine... ...für meinen Revolver. Nein, das meine ich jetzt eigentlich nicht. Oh! Boah! Sind sie an mir vorbei. Die wollten gerade zuschlagen. Einer ist irgendwie völlig weggebackt durch die Decke. Sehr interessant. Schnell weg hier! Hä? Oh, da kommt der Nächste. Die haben aber auch gute Augen hier, also ehrlich. Oh! Na ja. Ha! Und das regnet ein Scheißwetter heute wieder, also ehrlich. So, wo sind wir denn da? Ist das schon wieder die Küste? Von da habe ich da gekommen, oder? Ja. Sieht ganz so aus. Oh, verflucht. Da war doch was zu trinken. Habe ich jetzt was zu trinken mitgenommen? Ne, habe ich nicht. Shit. Habe ich ganz vergessen. Ich brauche ja was zu essen und was zu trinken. Was habe ich denn hier? Eine Angelrute? Ja, ja, ja. Mitnehmen. Frischen. Essen machen. Selber. Wow! Unterbockten Zombie durch die Wand. Toll. Meine Güte. Okay, hier muss man sich sein Essen also auch noch selber fangen. Ich nehme die Mackerauf-Magazine mal vorsichtshalber mit, falls ich eine Mackerauf finden sollte. So, wann wird es denn hier eigentlich hell? Guck, warte. Einer Augenblick, ich gucke mal auf die Uhr. Also es ist jetzt, äh... Müsste eigentlich wieder hell werden. Dann warten wir einfach mal ab. So, hier haben wir ein Eckhaus. Finden wir hier was? Außer dem Mackerauf-Magazin? Bei Essen musstest du was finden. Ja, bin ich ja auch gerade. Deswegen bin ich ja hier rein. Sieht aber... Was haben wir hier? Eine Remington. Okay, hier haben wir... Orangensorbi. Na, hier gibt's ja leckere Sachen. Oh, ist nicht wohl die Corona schon gehabt. Aber da, Vodka hat die fehlt. Vodka. Oh, 3 FPS mal wieder. Hervorragend. Das ist ja heftig bei dir. Ja? Sehr heftig sag ich. 3 FPS. bitte was wenn er was ist das ist nie lustig nee glaube ich dir das wird nicht lustig ist gut orangen sorbet gilt es unter trinken oder unter essen müsste jetzt abach sein aber ja da bin ich genau immer der straße nach ich weiß nicht ob man die packs hier braucht aber ich nehme mal eins mit ich habe ein bengal feuer gefunden ich kann dir ja gleich zeigen wo ich bin mal kleines feuerchen hohen fernglas na das ist doch schon mal gut ich denke mal ich werde ich ja den wohl auch hören oder hier waren wir doch schon mal ich höre ich ja hier bin ich links von dir links vorne hier bleib stehen hier bin ich taxi mitnehmen war denn wo wollen wir hin keine ahnung da wo man ein bisschen gut looten kann ich habe gerade gesehen ich habe gerade gesehen da hinten sind so eine so eine tschärneros häuser hast du die auch gesehen hinter uns jetzt jetzt hinter uns hier ein paar teuer machen auf dem weg na dann fahr kann ich nicht hänge ja ich merke schon du bist gerade durchs haus durch okay das sieht interessant aus das sieht interessant aus hinter uns sagst du hier ja genau das sah aber echt interessant aus eben wie wir durch die häuser geglitscht sind mit samt dem auto das hat er mal was von drive in nach wie meinst du hier ja genau kannst du denn verhessen wir haben zu viele fische hier rum eiern ja dann fahr einfach mal äh warte mal denn wir müssen wieder zurück nach links von uns willst du wieder in die große stadt nach lenzburg davor na davor wir sind jetzt in seltsberg genau so wenn du jetzt weiter 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 die straße fährst da ist im grunde eigentlich nichts weiter keine ortschaften darunter neue welt dachte ich mir guck mal äh neue welt neue welt habe ich doch auch schon irgendwo gesehen ja fahr einfach okay du musst mich nutzen denn ähm dann muss ich erst mal wissen wo neue welt ist ach da ist neue welt du kannst sagen du musst mal zurück fahren du musst mal drehen na warte mal warte mal ach da das ist ein cleanet kaff eigentlich nur da musst du ich sag dir wir fahren zurück nach lenzburg wir fahren zurück nach lenzburg ach wo findet man denn nochmal hier hier die Info, welche schwer alles online ist. P. P? Einfach auf P. Ah ja. Nur wir beide? Oh, 3 FPS, super. Soll ich fahren? Da geht noch ein Taxi rum, aber wir haben erstmal eins. Achso. Kannst du aber den Gelände vergessen, da runter auf bis zu 7 km. Ja, ja. Da wird sich sicherlich noch was besseres finden hier, oder? Stimmt, weil ich habe ja schon einen. Einen habe ich ja. Der steht aber am Lager, mit dem wollte ich jetzt nicht fahren. Bei FPS sind wir direkt wieder rum. Ja, ich sehe schon. Autoröster, 13 Uhr, 19 Uhr, 1 Uhr und 7 Uhr. Viermal, okay. Ja, 19 Uhr muss ich aufpassen. Ach ja. Stimmt ja. 19 Uhr. In Neustadt. Hier hast du übrigens deinen Regen wieder, den du so bei Origin vermisst hast. Äh, naja, vermisst nicht wirklich. Ich habe mich nur gewundert, dass es da nicht mehr regnet. Ja, dafür regnet es hier andauernd. Aber es geht ja. Geht ja hier noch. Das sieht ziemlich gefährlich aus, wie du hier gerade fährst. No risk. Äh, warte mal, ich hoffe, ich muss jetzt hier rechts rum, ne? Ähm. Ja. Hier ist die Brücke. Na, erstmal rüber über die Brücke, oder nicht? Schlitten. Hä? Ja. 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 Ja.